Hinaus drehen wir ja trotzdem auch Fernsehfilme und ich freue mich auf nächstes Jahr, da drehe ich sehr schöne Fernsehfilme und so. Also das ändert sich auch immer wieder. Ja, was denn? Ich höre nur zu. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Frau Kling. Guten Abend, wie war's? Guten Abend, guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Hallo, guten Abend. Frau Kling, kann ich mal meine Pfote zurückhaben? Das ist ja nett. Guten Abend, ja. Ja. Ich bin leider überhaupt nicht vorbereitet. Ja, dumm. Mist, dumm gelaufen. Was machen wir jetzt? Ja, ich freue mich sehr, Frau Kling, dass Sie da sind. Ja, warum? Ja, warum eigentlich? Warum sollte ich mich freuen, Sie zu treffen? Was meinen Sie? Weiß ich nicht. Vielleicht. Dann freue ich mich doch nicht. Nein, nein, lass es hinreißen. Ich habe über Sie gelesen, Frau Kling, dass Sie mal ein Kinderbuch geschrieben haben. Das stimmt. Ein Kinderbuch? Wie goldig. Hat es für ein Erwachsenesbuch nicht gereicht? Das stimmt. Das hat nur für ein Kinderbuch gereicht. Ja, macht ja nichts. Möchten Sie uns vielleicht erzählen, worum es in diesem Buch geht? Also in diesem Kinderbuch, das heißt Unser großes Haus und erzählt die Geschichte. Lassen Sie mich raten über ein großes Haus? Naja, mehr nicht über das Haus, sondern über die Bewohner dieses großen Hauses. Angefangen von den Mäusen im Keller, über den Kater, über die Hunde, über die Großmutter, die Eltern und so, was die erleben. Und das alles ist in Versen geschrieben. In Versen? Ja. Das Besondere dieses Buches. Seien Sie mal. Und... Oh! 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 Und dann, naja, dann hatten wir noch Onkel Franz Josef, das war ein riesen Zwergpinscher. Aber der wurde, äh, der wurde eingeschläfert. Ach so. Ja, das ist ein sogenannter entfernter Verwandter. Oh! 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 Aber... Oh! 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 Aber da leben noch ganz viele andere Leute bei uns. Milben, Flöhe, Läuse, Bandwürmer und Zecken. Oh! Ja. Und, ähm, naja, ich hab jetzt überlegt, weil sie scheint ja ganz gerne in der Großfamilie zu leben. Genau. Mit so vielen Leuten. Genau. In einem Haus. Und da hab ich gedacht, ich bringe ihn ein mit, weil ich fand's immer ätzend. Und, äh, ich hab ihn noch einen neuen Mitbewohner mitgebracht. Einer von den Zecken. Hier ist ja schon. Hallo! Hallo! Hallöchen! Hallöchen! Äh, äh! Kleine und blöde Zecke. Liebe! Liebe Zecke! So könnt ihr mich ruhig anfassen. Die Nase wird größer, wenn man dran reibt. Das hab ich bei mir auch versucht. Hat nicht geklappt. Ja, dann können Sie's ja mal bei mir probieren. Mach den Gast nicht blöd an. Ja. Mach den Gast nicht blöd. Diese Zecke wurde mir vor kurzem entfernt. Sie saß, ja, sie, sie saß so tiefdrehen, ich hab sie überhaupt nicht gesehen. Ja, wirklich, sie hatte mal im Hintern Ferien gemacht. Ja, der Urlaub war im Arsch. Hör zu, du ziehst jetzt zur Frau Kling. Ja, sehr gut. Welcher von den drei Stummelnasen hier ist, die Frau Kling? Hier. Ah, prima. Flotter Käfer. Was haben Sie für eine Blutgruppe? Null. Ah, sehr guter Jahrgang. Hoffentlich kommt es nicht. Nee, nee. Ja, bei der Frau Kling wird es dir sehr gut gefallen. Die ist nämlich, die macht ganz viel fürs Fernsehen. Ah, wunderbar. Ich liebe das Fernsehen. Ich fühle mich so richtig wohl da bei den ganzen Blutsaugern. Oh, oh, oh. Ich komme ja selbst aus einer Künstlerfamilie. Mein Onkel ist Tita Thomas Zick. Aua. Kennt sie vielleicht? Der moderiert im Zick-DF. Aha. Zeckenwitze. Ja, daran werden Sie sich jetzt gewöhnen müssen. Okay. Nehme ich in Kauf. Zu den Kellerasseln. Und wer ist das da? Das ist die Christine Westermann. Ah. Ist das die Christine Westermann, von der du immer erzählst? Ja, genau, das ist sie. Hallo. Hallo. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die ist doch ganz nett. Ja. Ich glaube, wir gehen besser. Ja, Frau Kling, ich würde Ihnen jetzt zum Abschied gerne die Hand schütteln. Nur das Problem ist, ja, naja, wie soll ich sagen, seitdem die Zecke da ist, ist meine Hand irgendwie blutleer. Ja, ich habe einen kleinen Imbiss genommen. Finger-Foot. Frau Kling, es war mir eine Freude. Wiedersehen. Wiedersehen. Unser lieber Freund Martin Adler, fantastisch mit seinen beiden Kumpels, Givaldi und Zecky Fuchster. Du müsstest jetzt das Spiel einladen.